Der hat gut gesessen Ich habe mir jetzt aber auch einen Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Fallout 4, mein Let's Play dazu. Mein Name ist jetzt von netgaming.tv Und in der letzten Folge hatten wir ja schon versucht die Burg hier zu stürmen. Hat ja auch schon, hatte gut funktioniert, bis auf die Kleinigkeit, dass dann am Ende so eine Art Königin kam und die uns dann den Arsch aufgerissen hat, weil ich keine Munition mehr hatte. Und genau vor diesem Problem stehe ich jetzt eigentlich auch, was total doof ist. Ich muss mal gucken, was ich an Munition habe. Das hier ist nicht mehr viel. Das hier ist auch nicht gerade die Nonplusultra-Waffe. Also, das wird schon wieder hier ziemlich blöd laufen, nehme ich mal an. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Ja, 35. Splittergranaten haben wir auch noch. Sturmgewehr hätte ich noch im Angebot. Ja, probieren wir es mal. Machen wir es auf die 9. Eventuell können wir damit noch ein bisschen was reißen. Ansonsten, eine Splittergranate. Die legen wir mal auf die 7. Und dann, ja, versuchen wir es mal. Alles klar. Auf ein neues. Vier Schuss mit der hier noch. Okay, versuchen wir es mal. Na, kommt. Kommt mit. Hier, Kanonenfutter. Okay, dann los. Und komm mal ran hier. Auf den Meter, komm. Was sind denn doch ein paar? So, Attacke. Holt sie euch. Okay. Okay, okay, zwei. So, versuchen wir mal. Auf den Panzer. Okay, wenigstens haben wir mal was. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Nein, ich will die 6 haben. Hängt ja schon wieder total voll für den Arsch an. Wir sind hinne. Diese kleinen Nerven extrem. Aber richtig extrem. Okay, den haben wir erledigt. Wo ist... Wo habe ich jetzt mein Sturmgewehr hingepackt? Ich Idiot. Waffen, 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 Waffen. Der Sturmgewehr ist auf... ...Q. Wo haben wir es hingepackt? Auf die 9. Ah. Natürlich. Okay, nehmen wir die 9. Der ist auch hin. Sehr gut. Wir müssen jetzt hier wirklich auch gehen. Da ist noch einer. Quatsch, verdrückt. Stimmt. Ich habe so das Gefühl, ich mache die ganze Arbeit hier alleine. Mann, 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 Mann. Ich brauche Position, ey. Was ist jetzt schon wieder los? Wo kommst du denn her, du kleiner Scheißer? Komm. Zack. Verpiss dich. Coole Einstellung. Okay, den haben wir erledigt. Weiter geht's. Okay, der ist auch hin. Ein Minuteman ist tot. Thronkorken, Pursionszelle, Patrone. Das brauchst du eh nicht mehr. Oh, hier ist was Wichtiges. Verdammt noch mal, ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ja, macht hier mal die Finger kaputt hier. Das ist in Ordnung. Kümmert euch mal darum. Aber ohne mich zu rösten, danke. Was ist das hier? Lautsprecher. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Okay, dann... Wo bist du denn? Na, komm, Dicker. Mach weg hier, komm. Warte mal. Genau, rösten. Alles rösten hier. Oh, 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 oh. Nö, Schwad Böses. Komm. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Burg zurück zu erobern. Ja. Dann los, komm. Okay, okay, okay. Okay, den haben wir. Das sieht gut aus. Hier jetzt noch. Dann nehme ich auf jeden Fall mal die... Nee, die... Na, komm, röste. Komm. Du hast einen Flammenwerfer. Röste. Genau, rösten. Nun soll es rösten. Oh, ich hab schon wieder... Gefällt mir ja gar nicht. Und ich hab keinen... Redex mehr, oder was? Ein Paket. Kein, äh... Stimpack, oder was? Doch, warum ist das nicht auf... Favoriten? Auf die Fünf. Mann. Okay. Alles klar, dann... Schauen wir mal, was hier los ist. Jo. Das wäre toll, wenn ich Munition finden würde. Ja, ja, komm. Brenn ist weg. Pakete. Whisky. Brennstoff. Ofenmannschuh. Unnütz. Sowas von unnütz gerade. Okay, der killt da oben fleißig. Soll er machen? Habe ich nichts... Kein Problem mit. Wenn er da oben fleißig ist. Ich guck mich hier mal um. Vielleicht find ich hier nochmal was... Interessantes. Vor allen Dingen sowas wie Munition. Da liegt nur eine Rakete oder sowas. Gut, gut, gut. Wir gucken mal was... Oh, hier sind auch noch Eier. Okay. Moment, wir sollten mal bei der Königin ja sogar den Fatboy nehmen. Was zum Teufel war das? So, die Eier sind hier auch erledigt. Ist hier noch irgendwas? Ja, das ist gut. Standpack ist mir gut. Okay, ich mache vorsichtshalber schnell speichern. Wollen wir uns ja nicht nochmal verkacken. Oh. Okay. Oben haben wir jetzt Probleme mit der Königin, wie es aussieht. Oh, shit. Okay. Alles klar. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch was haben. Wo ist der Fatman? So, schnell speichern. Der hat gut gesessen. Ich habe mir jetzt aber auch einen mitgegeben. Toll, keine Munition mehr. Also müssen wir jetzt mal... Wechseln wir auf den Raketenwerfer. Da muss er echt mit schweren Geschichten auffahren. Dieses blöde Vieh. Warum einen Schuss noch? Dann ist das direkt wie hin. Das war ja Hardrohr. Oh. Ja, ja, Kumpel. Kriegst du ja schon. Kann ich dir nicht helfen? Okay. Gute Arbeit, Leute. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meierlurks und Eier, die ihr findet. Okay. Wir waren noch gar nicht fertig hier. Wir haben noch gar nicht alles durchsucht. Würde ich mal behaupten. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Mein Sturmgewehr. Jetzt können wir auf die normalen Munition mal wieder wechseln. Leider noch gar nicht. So, ich will jetzt hier mir nämlich durchsuchen. Alles mit dem, was wir gebrauchen wollen. Brennstoff. Zigarren oder was es ist, brauche ich nicht. Aber ich brauche Munition. Und zwar nicht zu knapp. Whisky nehmen wir mit. Okay, okay, okay. Pakete. Paketenwerfer. Haben wir ja schon. Auch mal nicht. Also, wir sollen dann ja gleich... Was sollen wir da machen? Aluminium nehmen wir mit. Brennstoff. Was ist denn das hier? Flammenwerfer. Nehmen wir mit. Mal gucken, was wir hier sonst noch haben. Hier ist auch noch was. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Toll. Keine Munition. Das ist ja prima. Mann. Das ist ja furchtbar, ey. Da haben wir 57 Schuss. Okay. Wir haben erstmal die restlichen Eier hier weg. Hier ist eine Munitionskiste, wie das aussieht. Rotes Halstuch. Nehmen wir auch mit. Hier ist... Nix. Auch nix. Weiter geht's. Gut. Gut, 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 gut. Dann können wir ja eigentlich raus, ne? Was sollen wir tun? Ich denke, es könnte schlimmer sein. Sieh mal, was du machen kannst. Ich seh mich mal um, was sonst noch hier übrig ist. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Na, dann mach mal. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Okay. Was sollen wir denn hier machen? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Okay. Dann mach doch mal. Oder was will er jetzt von mir? Was will er von mir denn jetzt haben? Was will er denn? Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn machen? Aktiviere den Radiosender. Ja, das würde ich ja gerne tun. Aber. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Das ist toll. Wir müssen den Sender irgendwie mit Energie versorgen. Okay, Energie. Oh, hier haben wir. Das sollten wir nicht den Plünderern überlassen. Energie, ja. Wo kriegen wir jetzt Energie her? Gute Frage. Energie? Hey. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Burg zurückzuerobern. Was ist das hier? Ah. Okay, da ist... Okay, da ist... Da war zumindest Strom. Ich will so kommen mal zu euch. Komm, erledigt mal das für mich. Oh, du nicht, du frecher Vogel. Wir brauchen Energie. Was ist hier los? Hier ist auch noch was. Stimpack? Nein. Okay, wo haben wir Energie? Was soll man denn hier machen? Sollen wir hier was bauen, oder was? Was will der von uns hier? Okay. Okay. Oder was will er denn? Da ist was. Mal bevor ich da runterjampe. Oh, er ist das Bummelmord. Okay. Ist der nicht an hier, oder was? Wasseraufbau, halt. Industriell. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ach. Das funktioniert nicht ohne Energie. Das ist ja mal sehr interessant, was du nicht sagst. Aber wo kriege ich die Energie jetzt her? Das ist die nächste Frage. Wo haben wir denn Energie? Wo haben wir unsere Energie? Ich brauche mal Energie. Ich brauche mal Energie. Energie, bitte. Irgendwie. Was ist hier los? Jetzt reicht's mir aber hin hier, ey. Unglaublich, ey. Was wollt ihr denn hier? Boah, ihr seid doch wirklich mehr als ätzend. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Mann, 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 ey. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Stimpack? Wieso habe ich denn das jetzt? Jetzt habe ich doch auf die 5 gelegt. Und warum ging das gerade nicht? Ja, woher kriegen wir die Energie? Ach, ich wollte's doch nehmen, Mann. Preston, Preston, Preston. Wo ist unsere Energie? Ja, komm. Wir müssen den Sender irgendwie mit Energie versorgen. Na gut. Werkstatt. Energie. Energiegenerator. Okay. Okay. Klein. Okay. Bauen. Äh, das geht fast. Okay, dann versuchen wir mal hier. Energie. Zu wenig, oder was? Immer noch zu wenig, oder was ist hier los? Okay, ich brauche jetzt mal irgendwie Stecker und Schalter. Energiepylon. Kabel anbringen. Hm, Kabel anbringen. Äh, Kabel anbringen. Kabel. 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 Kabel, benötigt 10. Okay. 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 Jetzt müsste es ja eigentlich genug sein. Nein. Kann noch nicht genug, kann noch weniger Energie sein. Radiosender aktivieren. Oder immer noch nicht. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Oder immer noch nicht. V. Energie 12. Generator. Klein. Stahl. Fehlt. Gummi. Keramik. Generator, Windrad. Scheiße. Okay. Müssen wir was auseinander nehmen. Irgendwie muss es doch hier mal Soßen reden. Herstellung. Was ist denn hier denn los? Verwerten, ja. Verwerten. Egal, verwerten. Alles klar. Okay. Kann doch nicht sein, dass wir noch mehr Energie brauchen, oder was? Drei Generatoren, das reicht immer noch nicht. Okay. Energie. Generatoren. Fehlt Keramik. Scheiße, es fehlt Keramik. Ah, es ist doch schon wieder... Warum kommt hier kein Strom? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, das ist toll. Dass wir dann bereit zum Senden sind. Wir brauchen Energie. Gucken wir erst mal, ob wir hier irgendwo Keramik haben. Wir hatten doch hier irgendwo was. Irgendwo waren doch hier Scheißhäuser. Betten, betten, betten. Scheiße, wo war denn das jetzt? Schäme. Ah, okay. Ah, okay. Ich will hier was verwerten. Ah, okay. Kühlschrank, Gummi, ich brauche aber kein Gummi, ich brauche was anderes, ich brauche nämlich Kiste. Kochherd, sag mal doof, wie kriege ich denn jetzt hier Energie rein, hier ist läuft lauter Kabel, die laufen auch da hoch und ich kriege keine Energie, was soll der Quatsch, was soll der Quatsch, erklär mir mal wie ich Energie hier rankriegen soll, Digga. Kommen wir her, reden, hallo? Ähm, hey, hast du kurz Zeit? Wir müssen den Sender irgendwie mit Energie versorgen. Ja, wie? Wie machen wir das? Hier ist zugemauert, hier kommen wir nicht rein. Wir haben doch Energie, oder nicht? Oder bin ich besoffen? Oder brauchen wir irgendwie nochmal... Scheiße, kein Keramik, ey. Schalter, nützt uns nix, Druckplatte, nützt uns nix, Laserstahlnetz, Intervallschalter, Verzögerter, Energiezähler, das ist doch scheiße. So, ich muss mal gucken, wie wir das machen. Reicht nicht, oder was? Okay, nochmal, probieren wir es. Ja, da steht er doch. Oh Mann. Wir machen das mal. Wir brauchen ihn hier. Ne, wir brauchen den Pylon. Äh, auswählen, lagern, verwerten. Auswählen. Platz hier. So, gucken wir mal, ob das jetzt geht. Ja, ja, Fusionskern, ich weiß. Immer raus, ja. So, wir brauchen dich. Eventuell nehmen wir dich auch nochmal weiter weg. Äh, auswählen. Platz hier. Moment, da reicht's, ja. Gucken wir mal. Okay. Jetzt. Jetzt. Hat er jetzt Strom oder hat er jetzt keinen Strom? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Na, das ist toll. Ich geb dir hier Strom und es kommt nix, oder was? Was soll denn der Scheiße? Das ist ja echt wirklich mal doof jetzt. für meinen Geschmack schon wieder zu doof. Du hast doch hier Strom. Ist es doch dran, oder nicht? Oder bin ich jetzt besoffen? Komm. Aktivieren. Ist nicht genug drauf, wie es aber sieht. Da ist nix. Müsste doch genug Strom da sein. Wollt ihr mich verscheißern? Das ist doch mal mehr als merkwürdig. Das ist doch mal richtig mehr als merkwürdig. Ah, hier sind noch welche. Okay. Gib mir... Hallo, gibst du mir mal eine Knarre? Wieso habe ich jetzt keine Knarre? Hilfsmittel. Kleidung. Waffen bitte. Gib mir bitte mal die da. Ich bin noch mal dafür. Für mich... Das auch. Ah, super. Schön einmal runtergeknallt. Hier ist ein Pylon. Hier ist auch kein Strom. Ah, was für eine Scheiße, ey. Wieso geht denn das da nicht? Warum geht denn das nicht? Schnell wieder zurück. Wieso geht es nicht? Normalerweise sind die doch alle verbunden. Und der ist doch auch mit dem verbunden. Oder irre ich mich da jetzt? Der ist doch auch dran. Die sind doch alle dran. Kann doch nie sein, dass der noch mehr braucht. Äh, wo ist meine Rüstung? Äh, hallo? Kommst du mal aus meiner Rüstung raus? Bist du scheiße? Hallo. Ich glaube, ich spinne. Hallo. Was läuft denn mit meiner Rüstung rum? Bisschen Scheiße im Kopf. Verballert der meine Energie, oder was? Jetzt reicht's aber hier. Bleib stehen. Okay. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Burg zurück zu erobern. Das weiß ich auch. Wollen wir in Stattel mal die ganzen Eier platt machen? Nein. Ich hoffe, es gefällt dir in meiner Rüstung. Hey. Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Burg zurück zu erobern. Finde ich ja geil, dass du meine Rüstung klorst. Ich glaube, es hackt der. Warte mal. Ah ne, hier sind wir. Wieso haben wir keinen Strom? Das verstehe ich nicht. Das will nicht in meinen Kopf fallen. Hier ist das Büro. Tja, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Warum wir keinen Strom haben? Reicht das nicht? Müssen wir vielleicht noch einen bauen? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal. Energie 12. Energie. Generator produziert 3. Ja, wie viel brauchen wir denn eigentlich? Generator, Mittel, Keramik fehlt uns. Dann bauen wir noch einen, ne? Haha. Fehlt uns ja auch die Dings. Es fehlt uns Keramik. Das ist doch zum Kotzen. Wieso geht das nicht? Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja gut, der gute Preston läuft mit meiner Rüstung durch die Gegend. Finde ich nicht witzig. Ich will meine Rüstung wieder haben, du Arsch. Wir müssen den Sender irgendwie mit Energie versorgen. Schön, dass du meine Energiekerne aufbrauchst. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Das ist toll. Aber es kommt keine Energie. Nicht genug. Und das raffe ich nicht. Ist doch genug Zeug dran hier, oder nicht? Gut, ich werde den letzten Speicherpunkt laden, aber erst beim nächsten Mal. Weil es kann nicht sein, dass der mit meiner Rüstung durch die Gegend läuft. Das geht gar nicht. Also gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Denkt an Däumchen. Denkt an Kritik, beziehungsweise Comments. Wenn ihr es ganz toll fandet, dann natürlich wieder ein Abo. Ist klar. Ich bin da heute erstmal raus. Macht's gut. Euer Ed von der Gaming.TV. Bye, bye. Ich bin da. Schade. Ich bin da. make Autos heute machen. Musik Musik machte Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.